Hallo Kinder, hallo liebe Eltern. Heute melde ich mich mit der nächsten Aufgabe zu Wort. Wir sind auch in Quarantäne. Man sieht, wir haben gerade ausgemalt. Extra natürlich nur für die Aufgabe, damit wir genug Platz haben. Und zwar heute gibt es eine Familienaufgabe. Und zwar heute tun wir ein bisschen den Rücken und die allgemeine Stärke ein bisschen stärken, trainieren. Und zwar, heute mache ich es mit meinem Papa. Und zwar machen wir heute den Stütz. Und es ist wieder gleich wie bei der Waldhaut. Einfach üben und je länger ihr schafft, ihr werdet es jeden Tag ein bisschen länger schaffen. Und am besten macht ihr es mit eurem Papa bzw. mit eurer Mama, wer Lust und Laune hat. Vielleicht haben auch beide Lust und Laune. Und die Ergebnisse schiebt ihr dann einfach an mich. Und ich werde mir das dann aufschreiben und wir machen das. Ich zeige euch jetzt den Stütz. Und zwar, wie im Liegestütz. Man tut sich so hin. Dann geht man auf die Ellbogen und dann schaut man. Dann schaut man, wie lange man das halten kann. Schauen wir auf, mit dem Knie. Servus. Brett. Genau, Brett. Brett kann man es auch nehmen. Stütz, Brett. Alles das Gleiche. Und man wird spüren, man fängt an zu zittern ein bisschen. Jetzt sieht es ja auch schon, oder? Faktisch. So, wir haben jetzt 10 Sekunden gemacht. Ich hoffe einmal, dass ihr es länger schafft. Und ich freue mich schon auf die... Man sieht, da hättet ihr ein bisschen Pausen. Aber ja. Einfach probieren. Ihr werdet es jeden Tag ein bisschen länger schaffen. Und die Ergebnisse bitte an mich schicken. Und am besten mit der ganzen Familie. Okay? Passt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Quarantäne. Und wir schaffen das. Okay, also guck mal, Alter. Schlecht. Tschüss.